Monika Meyer-Ivan Kahn, sie plaudert private über ihre Ehe aus. Monika Meyer-Ivan Kahn, 45, kann auf eine beeindruckende Karriere als Model und Moderatorin zurückschauen. Mittlerweile gilt ihre Leidenschaft der basischen Ernährung. Ein Thema, in dem die 45-jährige Expertin ist und über das sie bereits mehrere Bücher geschrieben hat. Bei Gala im TV spricht Meyer-Ivan Kahn aber nicht nur über ihr Ernährungskonzept. Sondern gewährt Moderatorin Annika Lau, 43, auch einen kleinen Einblick in ihr Privatleben. Mein Mann und ich sind, ich sag immer, so bisschen Arsch auf Eimer. Wir denken gleich. Schwärmt das Model von seinem Ehemann und führt aus, also, zum Beispiel, ich sehe manchmal etwas und denke mir etwas dazu und er spricht es aus. Das gibt einem ein gutes Gefühl und wir harmonieren gut miteinander. Anführungszeichen. Seit 2015 ist sie glücklich mit Christian Meyer verheiratet, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Wenn es um ihren Liebsten geht, kommt Monika Meyer-Ivan Kahn kaum aus dem Schwärmen heraus, ich kann ihn sehr gut riechen. Ich finde ihn lustig und ich vertraue ihm voll. Ich kann bei ihm sein wie ich bin und das ist was Schönes. Beim gemeinsamen Hausbau krachte es dennoch das ein oder andere Mal, wie sie weiter verrät. Das gesamte Gespräch zwischen Monika Meyer-Ivan Kahn und Gala-Moderatorin Annika Lau können Zuschauer, Ihnen am 11. März 2023 um 17.45 Uhr auf RTL und im Anschluss jederzeit bei RTL Plus sehen. Verwendete Quellen, RTL Für ihn e de bun simt, sa-l ridic stacheta, liric vorbin, sa-l junga la ea doar nasa cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude, tu mere tante printre talea culte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapărul din tot, tot MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic, avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să-ți...